Musik Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu dieser neuen krassen Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Kanal Commentshaus. Heute eine Spezialfolge mit dem Baba YouTube Squad. Wir haben richtig krass passiert. Mit dabei ist der unglaubliche Zauberer MrTrixXL, mein Let's Player Kollege Sir Tobi und der Meme King Filmetrick. Alle drei geile YouTuber, alle drei Dudes. Verlinkt in meiner Videobeschreibung, checkt die auch unbedingt aus. Wir haben diese Folge richtig überrasiert in dem Modus Rollentorch, was damit auf sich hat, sie selber. Aber ich kann euch nur raten, meine Lieben Legends, haltet euch fest vor der galaktischen Skills Explosion. Musik Haha, der Apparat ist dabei! Jo, ich bin Patrick, stell dich auch mal vor. Jo, hallo, ich bin der Patrick, ich hab keine Ahnung, was sich hier macht. Oh, ja, 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 der hat ja fast ein bisschen gewissen. Haha, meine Freunde, hier sind ganz viele Goofies! Bad Goofies! Hey, wenn man es schafft, Fallschaden sofort zu bekommen, ne? Oh, bei mir ist ein Bad Guy! Oh, Bad Goofie! Komm! Oh, ich hab den genockt! Bad Goofie, sagt er. Bad Goofie, hab ich genockt! Haha! Oh! Oh! Oh, thank you! Das hört sich wohl eher löslich! Ah! Hey, hier ist einer bei mir! Haha, ich komm mal, meine Intratale! Ich will den kill, ich will den kill! Das Schlimme ist, ich kann nicht mal die Stimmen. Yes, ich hab den kill! Aber es ist mal dein kill! Ich kann nicht mal die Stimmen richtig zuordnen. Haha, ich hab ne Schlüffi! Haha, mein Onkel Donald, der mag das ganz gerne! Onkel Donald? Ja, okay, da! Haha! Hä, wer macht das denn jetzt? Das letzte war ja voll gut! Dieses, dieses... Alter, was ist das hier viel zufrieden? Haha! Was ist das hier bitte? Hey, Mati, mach doch mal den Goofie! Jetzt wer bei mir im Haus, komm mal bitte zu mir! Ja! Komm bitte zu mir! Ich bin mal! Nein, da ist er! Ja, der ist auf den Maus! Oh! Baugarnate! Er baut mich alle zu! Hallo! Ich bin im Erke, wie ich einfach gar nichts mehr kann! Hey, wo ist der denn? Hey, wo ist der denn? Hey, wo ist bei mir? Ravens! Hä? Bin ich blind? Hey, wo hast du dich vorne gestellt? Nein, das ist eine! Oh, ich raus! Hey, weg, 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 weg! Er ist ganz oben! Oh, ich krieg nochmal Schüsse! Mehr Schüsse von Nordosten! Schüsse von Nordosten! My friend! Wo ist denn Nordosten? Ich hab nichts zu bauen, ich hab nichts zu bauen! Nordosten! Er ist am Zaun! Oh, ja! Attacke! Mensch, Pluto! Oh, oh, oh! Oh, oh! Der Baum schmeckt! Hein! Alter, das ist ja eine andere Rolle! Der ist abgehauen! Ey, wo ist der hin? Der ist hier, der ist hier! Na, da, 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 da! Alter, zieh hin! Ich hab ihn geholt, weil er keine Ehre hatte! Ich hab meine Waffe vergessen, Nick! Die Doppel, Doppel Shot! Aber das war doch mal... und weiter besten ist auch ein bad guy ich habe die headshot gegeben ich push ihn ja und hier ist so was tötet menschen okay infrarot gewehr sagt keine sichtbaren gegner doch da oben müssten die auch sein aber das war ruhig am zonenrand schillen und die schichten dahinten 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 die schießen einfach einfach so ich versuch mal hier auf dem berg und dann high ground ja ich habe auch etwas denn jetzt los hier ja kommen posten 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 ja mit auf dem weg ich habe den übelst low wir müssen die auf jeden fall kuschelmann die das sind zwei mega low alter ja alles gut wie macht und wir machen das schon ja ja regelt mal wo sind sie bei mir bei mir ja mann alle easy ja ist so alter alles tot hat der schild für mich ja hier ist mega hier ist alles Alles gut ich komm ich komm wer kann gut snipernen von euch hier ist es Tobi ich habe schon die ja alles gut ich hab komm mit Gegner wo 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 hat Remo Hundred hab noch nen BigFX 芦 bei der Lobdruck nein ich bin down millones komm hier hin ich komm jetzt komme Ja ich kommmade der wiederverse Wir sind ganz knapp an der zone ich habe verbände ich habe medkit ich habe medkit wir sind ja ich komme zu dir ich halte ausschaut ich bin schwer hier martin hier ist eine goldene hier ist unten ist eine goldene an der ding hier ist noch eine ska ja das meine ich doch die kommen die kommen die kommen okay jetzt ist egal mit denen einer ist links weiter was ist denn am besten für nahe kampf shotgun und ich weiß ja ich habe ich habe verbände ich habe verbände brauchst du ja glaube ich hinter mir ist die alle ich ich nehme das medkit haltet auch schon auf gegner und ballert die einfach weg auf der links ist ja auch noch einer oh der tilz der tilz der tilz auf osten meine die hat nicht mehr viel leben die ist jetzt da unten und links ist noch einer die fallen in der stadt die ist irgendwo da unten wer ist unter mir wer ist unter mir kommen wir bekommen wir pushen wir pushen die hier rechts hobi komm die hier rechts die ist mega genau ihr macht druck ihr macht druck die halte sich irgendwo das ist doch großer hier bei mir ja die ist gelockt nice oh ich brauche die verbände ich brauche die verbände gar nicht gar nicht letzte gegner sind in retail retail safe ich komme rüber ich brauche nur noch zwei gegner zwei gegner in retail warte lass mich eben hallen machen wir safe hat noch einer schildis für mich ab in die zone nein nein nicht nein ich habe auch nichts mehr zum hallen also nichts mehr an dem schild und so scheiße ich habe auch nichts wahrscheinlich rechts im turm einer wir müssen ja ja ich geht auch nicht er ist nicht da oben ey wo ist meine pump wo ist meine pump hallo was nein ich sterbe ich sterbe ich sterbe auch ich sterbe auch aber ihr holt den win mit mir down hier komm Tobi den holst du easy ich muss mich eben hallen man bruder du musst noch kurz geduld haben digger hab geduld digger ja ich mache ich mache ich mache ich mache safe hier Olli ist voll der medik ja ja ich merke schon es sind noch zwei am leben ne ich weiß schon wo die sind so danke Olli einer tot komplett instant nur noch ein gegner leute letzter man digger ich habe sogar drei kills kann ich mal so schlecht ey ich habe nur noch 30 neben und das war es so in welchem bus der ist hier bei mir hier vorne hier wo warte nicht wenn ihr der zu stehen komm 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 wo ist er denn ah er hat mich wir haben ihn digger juhu 10 kills bam echt ich habe einen yes baby wir haben 14 kills einmal der genau und das mit no scope skin jamoin 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 Bis zum nächsten Mal.